Ja, und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 5 Custom Level, The Book of Destiny. Und ja, in der letzten Folge sind wir eigentlich schon ziemlich weit gekommen und es gibt sehr viele Wege hier, das muss ich ja mal sagen. Und ich habe den Ton jetzt auch ein bisschen lauter gemacht. Ich wusste ja nicht, ob es zu leise war in der letzten Folge. Da hat mir jemand geschrieben, dass es doch ein bisschen zu leise war. Ich hoffe, es ist jetzt laut genug. Also, wenn nicht, kann ich es ja nochmal lauter machen, ist ja kein Problem. Und ich höre Schritte. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich schon hier runter gehen soll oder, ja, keine Ahnung. Ich mache das einfach mal. Ja, ich mache das einfach mal. Ja, Lady Pack wäre echt nicht schlecht. Verdammt, ich glaube, der hat mich schon gehört, beziehungsweise gesehen, oder? Okay. Okay. Oh, hey. Stirb, stirb, stirb. Hä? Was? Okay, hier ist ein Hebel. Hm. Ein Hebel. Was haben wir denn hier noch? Okay, gar nichts. Außer... Hm. Da könnte ich ja mal reingucken. Eventuell ist da ja was sehr Wertvolles drin. Aber, ja, okay. Das ist schon in Ordnung. Jetzt möchte ich nochmal gucken. Ja, die Türen kannst du nicht aufmachen. Okay. Weil wir nicht... So, dann würde ich mal sagen... Huch. Schalter betätigen. Und... Äh, ja. Sehr schön. Was hat mir das jetzt gebracht? Sehr merkwürdig. Hat der Typ eigentlich was verloren? Nein. Okay. Dann werde ich nochmal zurückgehen. Ich meine... Genau. Ich müsste mal auf die andere Seite. Da war ich, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ich da war. Nee, ich gehe jetzt erst mal auf die andere Seite. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich in der letzten Folge schon da war, aber... Naja. Das ist so verwirrend. Hier gibt es so viele Wege. Da weiß man echt nicht, wo man... Da weiß man echt nicht, wo man zuerst langt soll. Oder war ich hier in der letzten Folge? Okay, ich glaube, ich war hier noch nicht. Oh Gott, wie... Das ist ja... Oh Gott. Was hat mir das jetzt gebracht? Was hat mir das jetzt gebracht? Achso, da ist die Stange. Die Stange. Okay. Alles klar. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Denn da unten, da war ja auch, glaube ich, so eine Tür, so eine kleine, wo sie durchkriechen konnte. Naja, ich werde das jetzt mal gucken. Ich werde mal gucken, was ich hier machen kann. So. Ganz schön vorsichtig. So. Okay, da... Was, da ist noch ein Hebel. Okay, den habe ich aber schon betätigt. Alles klar. Was haben wir hier? Ich werde aber trotzdem mal... Ey, wie viele Wege, ist das euer Ernst? Ach, du Scheiße. Achso, da kann ich eh nicht hin. Hier runter kann ich auch nicht. Dann würde ich mal sagen, dass ich wieder gehe, oder? Naja, ich mache das jetzt einfach mal. Oh, diese Schritte. Oh, oh. Was? Euer Ernst? Das ist doch nicht euer Ernst. Ey, wie fies. Ha. Äh, bitte was? Ich, ich habe keine Muni mehr. Wie jetzt? Was? Ich... Oh, nee. Das... Das ist... Nee, das ist gemein. Wow. Ich habe keine... Wow. Ich gucke mal, wo ich hierher komme. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Also, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Ah, sehr gut. Munition. Sehr, sehr gut. Ah, ich muss ein bisschen mit der Munition aufpassen. Anscheinend hat man ja nicht so viel hier. Bitte, nochmal Munition, bitte, ja? Ein Medipack. Okay. So. Guck mal, 30. Komm. Na, komm. Ei, ei, ei. Das kann echt... Das kann echt schwierig werden. Wenn ja so wenig Munition vorhanden ist, äh... Ha. Sehr schön. Warte, den Hebel? Ja, den habe ich schon. Alles klar. Alles klärchen. Okay. Ach so, hier ist die aufgegangen, ja. Oh. Ähm, ja. Wie gu... Oh, scheiße. Ich muss doch hier irgendwie aufstehen können, oder? Wie geht das nicht? Scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Verdammt. Ah, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Weil von hier aus, da... Da werde ich das... Werde ich das teilen... Äh, Laura, was tust du... Ne, also... Ne. Okay. Aber wie zum Teufel sind die da hingekommen? Ähm, das frage ich mich ja echt wirklich. Na ja. Na ja. So, da hinten geht's noch lang. Ach so, da bin ich ja hergekommen. Ja, gut. Hm, wo muss ich jetzt sind, das ist... Ich höre immer noch Schritte. Vielleicht doch mal hier hoch. Hm. Ja, komm, hier... Huch. Äh, ja. Könntest du dich auch bitte festhalten? Aha. Wow. Ich seh sehr viel. Wow. Äh. Äh. Ja, Laura, du hast es fast geschafft. Du hast es fast. Jetzt bin ich doch wieder hier am Anfang, oder nicht? Äh, falsche Richtung. Scheiße. Scheiße, Mann. Nein. So eine Kacke, ey. Scheiße. Oh, nee. Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt möchte ich den ganzen Mist nochmal machen. Boah. Ja, ja, ja. Ich kann es mich mal mit deinen Hey. Ach, das ist doch scheiße. Wie unfair. Ey, hallo? Willst du mich verarschen? Ey, geh mal bitte nach Hause. Stirb. Wie mich das aufregt. So, ich weiß gar nicht, ob hier nochmal was drin war. Habe ich natürlich wieder vergessen. Ey. Jetzt möchte ich das alles neu machen. Das ist doch echt ärgerlich. Warum? Das ist einfach nicht fair. Ja. Auch sehr toll, dass man nicht gesehen hat, was man machen muss. Äh, was aufgegangen ist. Ja. Ich glaube, wir hängen da nicht fest. Was haben wir hier? Okay, gar nichts. Ach, Lara. Ach, hier waren die, ne? Ja, aber was bringt mir das? Ich weiß es echt nicht. Naja. Ach so. Ach so. Mhm. Äh, ich geh da noch nicht lang. Schrank. Okay. Hätte ich den an und schalte mal nicht betätigt, ne? Dann wäre das nicht passiert. Egal. Na komm. Lava. Jetzt haben wir doch einen ganz kleinen Fortschritt gemacht. Großes Meditek. Dankeschön. Ach so. Okay. Da ist noch ein Schrank. Na. Hier müsste eigentlich Munition, ja. Munition müsste hier sein. Jo. Na dann. Auf geht's, Lava. Wow, die hat eine... Ich weiß nicht, so eine ganz dünne Tasche hat die irgendwie. Hi. Es geht. Es geht. So, als allererster speichere ich mal. Nicht, dass ich hier nochmal alles neu machen muss. Ich meine, das war jetzt nicht viel, aber trotzdem, ne? Das muss ja nicht sein. Ist doof. Jetzt könnt ihr auf mich schießen. Äh. Hallo? Alter. Alter. Dein Ernst? Shit. Ich hab nicht mehr viel... Oder? Nein. Ich wollte nur gucken, wie viel Munition ich hab hier. 96. Verdammt. Hm. Guck ich mich mal hier eben um? Ach, ist doof. Es kann auch sein, dass die Wachmänner was haben. Oh, da ist... Meditek voll viele. Wenn sie sich die nicht schnappt, das weiß ich auch nicht. So. Gucken wir eben nochmal hier rein. Ey. Nein. Was haben wir hier drin? Gar nichts, ey. Wollt ihr mich verarschen? Oh, mach schneller zu, Lara. Ist das dein Ernst? Ach so. Penner. Du kleiner Penner. Mach mal Meditek. Ja, dankeschön, ey. Das ist doch doof. Wieso kann ich... Geht doch. Geht doch. Hast du was verloren? Hast du was verloren? Na toll. Ich wurde enttäuscht. So, was haben wir denn hier Schönes? Äh, ein Buch? Nein. So. Warum bin ich jetzt hier? Okay, da ist noch ein Schrank, aber... Okay, da ist ein Schalter. Ah, das ist doch doof. Man wird... Es wird nie gezeigt, was geöffnet wird. Ich hoffe, wenigstens jetzt da. Und hier... Was ist das denn? Was war das? Was ist das? Disc? Ach so, okay. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine Disc. Das ist sehr gut. Haben wir schon mal eine gefunden. Das freut mich. Wow. Na toll. Na toll. Das ist aber nicht nett. So ganz und gar nicht. Na ja, egal. Egal. Aufstehen? Hallo? Na komm schon. Ich bin mal gespannt, was der gemacht hat. So. Oh. Oh. Die... Alles klar. Alles klar. Ich wollte schon nach oben gehen. Ich hoffe doch mal, dass die zweite Disc dann da drin ist. Hm. Blaues Mauerwerk. Und ich höre wieder Schritte. Ich höre schon wieder Schritte. Wow. Ist es dunkel da unten? So. Hier kann man, glaube ich, eh nicht... Ne. Da ist auch nichts. Da ist echt nichts. Schade. 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 So. Was haben wir hier Schönes? Euer Ernst? So. Das muss gespeichert werden. Äh. Falsche Richtung. So. Dann gehen wir nochmal schön fix nach unten. Ich hoffe, ich habe genug Energie. Ich hoffe, ich habe genug Energie. Okay. Ich muss balancieren. Was? 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 Ey, das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Hallo. Ey. Das war echt gemein, ey. Warum hat man das so gemacht? Alter? Ey. 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 Ey, nee, das... Warum, ey? Was? Ey, kannst mich mal, weiß du das? Hä, wie soll man das denn machen? Ey, das ist ja... Das ist unfair. Ja, ja, alles klar, alles klar. Ja, alles klar. Ey, das ist so unfair. Was soll das? Was soll das? Also, okay, anscheinend darf ich nicht auf dem Boden. Werde ich mal da rüberspringen? Oh, da oben ist eine Luke. Könnte man die vielleicht öffnen? Das kann natürlich sein. Und hier ist ein Hebel. Ah, okay. Okay. Jetzt kannst du wieder hoch, Lara. Äh, warum tust du das nicht? Geht doch. Also, Lara, wir haben echt unsere Probleme manchmal, ne? So, ich werde mal währenddessen speichern. Ich hoffe, das war jetzt... Okay. Ja, ja, da braucht diese Musik auch nicht kommen. Das macht mir keine Angst. Und Lara erst recht nicht. So, ich hoffe, ich komme nur heil rüber. Was ich ja hasse, wenn die stehen bleibt. Ja, sowas halt. Das mag ich gar nicht. Wenn die jede Sekunde dann immer anhält. Ja, jetzt schon wieder, ey. Ach, Lara. Das müssen wir zu Hause nochmal üben, ne? Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da oben hinkomme. Hallo? Ist da eventuell auch noch ein Schalter? Och, Lara, was soll das? Kannst du das nicht einmal durchziehen? Oh, Lara. Bloß nicht runterfallen. Wir haben es gleich geschafft. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ach, ich bin stolz auf dich, Lara. Ach. Ich höre was. Kann ich denn eventuell dranspringen? Ich höre irgendein Schnarchen. Hört ihr das? Okay, hier ist kein Hebel. Äh, ich habe gesagt, hier ist kein Hebel. Hallo? Willst du nicht mal hoch? Och, Lara. Ey, das ist doch... Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, ey. Was war das denn jetzt? Ah, ich weiß es nicht. So, nochmal eben kurz speichern. Möchte ich mal ausprobieren, ob ich da hochkomme. Ja, sehr schön. Ja, sehr gut. Ah, ein Hebel. Okay. Okay, das Schnarchen kommt von da. Ah, ha, ha, ha. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Äh, wie wäre es mit Griechen? Danke. Oh je. Ganz leise. Das Problem ist, ich habe Angst, wenn ich jetzt in den Schrank reingehe und den aufmache. Ja, vielleicht wacht er dann ja auf. Ich hoffe es mal nicht. Ich probiere es mal. Und, was ist drin? Ein Medipack. Ja, super. Ja, super. Wo schnarcht der hier bei der Arbeit? Ja, super. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich muss nochmal speichern. Ich mache das einfach mal hier. Okay, das hat irgendwie nichts gebracht. Das hat irgendwie nichts gebracht. Aber was soll ich denn jetzt hier machen. Ach so, hier ist die Disc. Na ja. Hast du sie jetzt? Ja. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Das war doch erfolgreich. Jetzt haben wir in der Folge schon die beiden Discs. Und dann können wir ja gleich zurückgehen. Aber das machen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Ja. Dann würde ich sagen, bis dann, Leute. Und ich bin gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Ob da noch was ganz Großes kommt und so. Ich weiß ja nicht, wie lange das hier geht. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen. Weil das gefällt mir eigentlich bis jetzt ganz gut. Und ja. Bis dann, Leute. Ciao.